Dann machen wir es ja noch weiter. Und es ist eine super Zeitlogie. Ja, guck mal, drei Millisekunden vorher ist noch klein. Also in der Realgeschwindigkeit ist das heftig und vieles. Es kommt noch die Hand. Und jetzt reagiert Florian Mayer. Hat das gesehen. Gibt möglicherweise auch noch die Hinweise von draußen. Und da.